Ich war dieses Jahr mit meinen Jungs und dem Anime Superstore auf der Doku.me und habe so einiges erlebt. Das Wochenende war wirklich fantastisch. Ich hatte super viel Spaß, sowohl als Aussteller, aber auch als Content Creator, wo ich euch alle treffen durfte. Wie versprochen, wollte ich ein paar Highlights zusammenschneiden für euch, damit die Leute von euch, die nicht vor Ort waren, das Ganze auch miterleben dürfen und natürlich aber auch an diejenigen, die vor Ort waren, dass sie eine schöne Erinnerung haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights der Doku.me 2023. Bis zum nächsten Mal. 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 Nochmals vielen, vielen Dank an jeden, der vorbeigeschaut hat. Einfach nur, um bei uns im Laden etwas zu kaufen oder auch einfach, um mich oder die Jungs zu sehen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe so viel Liebe bekommen und ich freue mich, einfach euch sagen zu dürfen, Wir sind natürlich nächstes Jahr auch wieder da.